Die Test-Ergebnisse Ich glaube, seine Mutter hat ihn mit Bier gesteckt. Auch die konventionelle Art zu lernen wird nicht funktionieren. Warum sind wir in einem Ring? Was ist die Wurzel aus 81? Was? Was ist die Wurzel aus 81? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Oh mein Gott! Bei der beißt man auf Granit. Ihr besteht die Zwischenprüfung oder ihr fliegt raus. Wir müssen den Test klauen. Willst du mir erklären, wieso du die volle Punktzahl erreicht hast? Ich weiß, dass ich nicht die volle Punktzahl habe, weil ich ein paar Fragen absichtlich falsch beantwortet habe. Verräter leiden später. Was? Ich fahr zur Arbeit. Kommt und holt euch Gottes bestes Heating. Teddy, das Kostüm, das du da trägst, ist extrem dumm. Ich bin genau da, wo ich hingehöre. In der Frasshutbude neben einem Strip-Club? Wenn ich mich perfekt hinstelle, dann hab ich gleichzeitig Kakaobutter und Fried Chicken in der Nase. Sieh das sofort aus, du wirst diesen Test zeigen. Wollt ihr euren Abschluss haften? Ja! Machen Abgang, bitch! Machen Abgang! Bist du bereit? Ich werde da nicht mitspielen. Wie heißt die Hauptstadt von Belgien? Ähm, Waffel? Was? Das ist die falsche Antwort! Du sollst hierbleiben! Langsam fängst du an zu nervten. Wasser besteht aus... Steck nach! Es ist ein Gas! Ah! Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff! Teddy, total richtig! Das riecht so komisch. Das ist ein Gas. Hast du mir grad ins Gesicht gefurrt? Ich hab's im Mund, meine Lippen sind schon aufgesprungen. Na, wir gehen! Das riecht so komisch. Das riecht so komisch. replicate das Riecht so komisch. Untertitelung des ZDF, 2020